Bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten wollen Flo und Jonas ihre Beziehung vertiefen. Jetzt möchte das Pärchen den nächsten Schritt wagen. Flo, Pauline Afaya und Jonas, Felix van Deventer, haben bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten schon viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Nicht zuletzt, da es Jonas schwer fiel sein Schicksal, an einen Rollstuhl gebunden zu sein, zu akzeptieren. Mittlerweile scheint das Paar aber überglücklich und scheint alle Hürden überwunden zu haben. Liegt es da nicht nahe, die Beziehung zu vertiefen? Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 8126 vom 15. Oktober. Eigentlich wollten Lili, Iris Mareikestin und Flo ihre WG-Zimmer tauschen, damit Lili mit Nihat, Timur Oelker, zusammenwohnen kann. Aus diesem Grund hat Jonas seine Freundin gefragt, ob sie nicht einfach bei ihm einziehen will. Sie ist ja sowieso ständig bei ihm. Doch es soll anders kommen. Denn Lili und Nihat entscheiden sich doch dazu, nicht zusammenzuziehen und alles soll so bleiben, wie es ist. Flo fängt an zu zweifeln, ob sie wirklich zu Jonas ziehen soll. Wenn schon Nihat und Lili nicht zusammenleben wollen, sind Jonas und sie dann bereit. Unterschwellig versucht sie Jonas ihre Bedenken mitzuteilen und ihr Partner versteht sofort, dass sie zweifelt. Die beiden versprechen sich, noch einmal über die ganze Sache zu schlafen. Wie werden sich Jonas und Flo am Ende entscheiden? Ich bin verknallt. Alicia steht zu ihren Gefühlen. Alicia, Josephine Bressel, ist fest entschlossen. Paul, Niklas Osterloh, auf der Party die Wahrheit zu sagen. Sie weiß, dass er ihr heimlicher Online-Flirt ist. Doch immer wieder macht sie einen Rückzieher und als sie dann plötzlich mit Paul allein im Bad steht und sich ein Kuss anbahnt, sucht er erneut das Weite. Am nächsten Morgen ist Alicia völlig fertig und sie wird von Eifersucht zerfressen. Denn sie ist sich sicher, dass Paul auf der Party erfolgreich von einer Gästin angeflirtet wurde. Als Tony ihr klar macht, dass das Mädchen einen Freund hat, fällt Alicia ein Stein vom Herzen, was Tony als Zeichen sieht. Denn jetzt wisse Alicia über ihre Gefühlslage Bescheid. Ich bin verknallt, platzt es aus der Blondine heraus. Ich bin verknallt, platzt es aus der Blondine heraus.